Eintreffende Verstärkungsanforderung Alles klar? Bist du bereit? Okay Mann, Emmerlein wird von deinem Mutter fahren. Werden sie alle. Vergess mich nicht. Niemals Bruder. Haltet ihn auf! Ja! 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 Keinen Schritt mehr. Das wird leicht. Was hast du für ein Problem? Hau einfach ab, ja? Wir wollen keinen Ärger. Willst du mal sehen, was ich drauf hab? Leute, vielleicht sollten wir gehen. Auf keinen Fall! Was ist dein Name? Ihr Name. Jason. Ihr ganzer Name. Hausner, Jason. Hausner. Ja. Der Architekt unserer Qualen. Ich habe nur die Anlage entworfen. Die Quarantäne war nicht meine Idee. Ich war immer dagegen. Und doch haben Sie nichts dagegen getan. Sie haben mitgeholfen. Nicht freiwillig. Nur Befehle befolgt. Ist das Ihre Entschuldigung? Jeder kommt an die Reihe. Jeder kommt an die Reihe. Ich sage es hier. Bitte rennen Sie nicht außerhalb des Sicherheits. Okay, folgende Frage. Wüsstest du lieber, wann du stirbst oder wie du sterben wirst? Komm schon, du musst dich entscheiden. Ich will nur aus dem verdammten Regen raus. Wer hat gesagt, dass du aufhören sollst? Ganz sicher. Bringt die medizinische Ausrüstung zur Klinik. Und der Proviant kommt in das Lager bei der Messerhalle. Die Kisten bleiben in dem Truck. Hey, was? Wir verschwinden keine Vorräte mehr an diese Leute. Mal los, Private. Sir. Was zum Teufel machen Sie keiner? Diese Leute sind schon tot, Doktor. Sind Sie verrückt? Sie brauchen Hilfe. Und was ist mit dem Stab? Kollateralschaden. Und... Nehmen Sie Ihre Hand von meinem Soldaten. Wenn Sie nicht damit aufhören, werde ich Sie melden. Was zum... Tore verriegeln, Sergeant. Sieht aus, als gäbe es hier einen Aufstand. Zichern und laden! Schlagen Sie ihn nieder. Wir haben euch Kakerladen lang genug toleriert. Wir boten euch sogar unsere Freundschaft an. Aber ihr habt uns ins Gesicht gesporen. Wir hatten Geduld. Waren nachsichtig. Mein Tod ändert gar nichts. Die wählen einen neuen Anführer. Bitte! Wir werden dich nicht töten. Wir geben dir eine faire Chance. Hier, zwei Versuche. Einen für jede Zurückweisung. Wenn du überlebst, bist du frei. Ich mache es wieder gut. Lass mich bitte gehen. Zweimal! Oder ein langsamer Tod. Deine Wahl. Fuck! War das alles? Was? Hast du gedacht, ich gebe nur eine Kugel ein? Scheiße, ich habe Blut abgekriegt. Ich mache es wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017